Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town mit dem wertgeschätzten Krian, mit dem vielgehassten Azrael, auch mit am Start der Gagas, der allseits geliebte Gorondor, da läuft er auch gerade, hallo Gorondor, Leute entspannt euch mal, dann haben wir mit dabei den Marv, hi Marv, ich kann den mal in einen schießen, dann kann ich ihm auch gleich sagen, bye Marv, dann auch wieder mit am Start, der Pion, der Toasty, äh, der Tony und der Toasty, der Toasty, oh, ich bin Dete, oh, wir leben wieder, haltet mein Wundergeschehen, du kannst doch nicht so ne Ansage bringen bei einem Intro, der wertgeschätzte Krian, ich glaube, der Azrael ist gerade shoppen, ich glaube, du darfst den Azraeler schießen, ey, ja, die hauen, die Jona hat nicht gehauen, ja und, tanz Toasty, tanz, wir sind zu fliert, geht da weg, ja, ich hab keine Waffe, weil er ohne mich geklärt hat, ja, was machst du jetzt, ey, Pion, lass mich runter, Pion, ich hab Waffen, lass mich hoch, Pion, der bedroht mich, der bedroht mich, der bedroht mich mit seinem harten Rohr, ich hab keine Waffe, ey, Pion, du bist so ein Pisser, ey, weil du mich runtergeschubst hast, hab ich jetzt keine Waffe mehr, oh, Pion, du kannst dir doch welche kaufen, die gibt's doch im Angebot, nee, das ist ja das Problem, oh, jetzt wollte er mich schon wieder runterschubsen, ich, 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 mache dich, ah! Okay, ist er gerade wieder gestorben? Infinity ist Marvin. Ich weiß nicht, ist mir egal, ichHee, Grand, ich will via, oh, nee, nein, au! Und tschüss, ich fahre runter, ich bin sheer, und tschüss, du Loser! Oh, beim Turm wurde gerade geschossen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich habe den DT hier oben, äh, nicht die DT, den, äh, im Traitor gekillt. Mit der Silent Arbor, jetzt versuche ich die aufzuheben, aber es gibt es nicht. Anpfeilen und E drücken. Ja, es ging gerade, oh, die ist leer, toll. Oh Gott, boah, ich fall, ich bin schon fast hier in den Turm runtergefallen. Noob. Übergleit, Alter. Denk it. Viel zu viel Luft hier. Also ich sehe noch drei Punkte. Zwei von euch müssten also Traitor sein. Ballert einfach wild um euch rum. Seid kreativ. Okay, ich sehe noch zwei Punkte. Ich sehe gar keinen, wo seid ihr? So, bin ich auf der richtigen Map? Hallo? Wo? Ja, hallo. Hm. Ich komme mir hier so alleingelassen vor. DT will ja irgendwie nisch mehr sagen. Den kann man jetzt erschießen. Ihr könnt euch gegenseitig umnatzen. Nee, das ist ja blöd. Gesehen davon müsste man erstmal gucken, wer wo überhaupt ist. Ja. Ihr seid beide drüben am Turm. Was? Wo? Ach, geht doch, nee. Wo bist du? Ich? Kannst du uns das sagen? Ich bin versteckt. Hier liegt ein Dorter. Hier ist ein Litte. Ja, der ist runtergefallen. Mhm. Schon klar. Runtergefallen. Prost. Ja, ich habe es ja heute wieder mit der Stimme. Knapp vorbei ist auch daneben. Jo. Hängt an der Leiter fest. Mal hoch, mal runter. Ja, ich weiß. Zwei. Dammit. Boah, hat ja auch lange noch gedauert, ey. Jetzt haben wir mal drei Trailer, oder was? Da wird auch angekündigt, dass es drei sein sollen. Oh, ich glaube, ihr hört doch nicht zu, Mann. Ja, das ist dein Problem, dann. War Toasty nur so eine Fatze, ne? Ich habe Toasty gestohlen, weil der kommt so schlecht war, Alter. Er hat übrigens geschrieben, dass er AFK sein wird. Mhm. Ich meine nicht, dass es irgendjemandem interessiert. Inno, Ben Deater. Inno, Inno. Inno, Inno. Wer ist der Hater? Ah, The Tone Star. Tony. Lol. Wer war jetzt AFK? Der Toasty hat gemeint, dass er AFK wäre. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Naja, der steht vor mir. Ich weiß, er beutet. Der steht vor mir und redet. Bewegt sich auch nicht und... Ja, da hat er angeschrieben, dass er AFK sein wird. Dann schieß ihn. Infinity ist es. Was? Ich bin's gar nicht. Infinity ist es. Du siehst du nicht auf mich. Oh, ich wurde angesnipert. Oh, dann. Au. Oh, Infinity ist es. Ach. Ach. Der Volk hier wehen. Klasse Leiter. Hallo, wer lebt denn noch? Just truly. Du lebst noch? Ja. Du kannst Astral erschossen, Dion. Was? Wieso spricht man noch nicht? Äh, Astral wurde von Infinity erschossen. Ich habe Infinity. Ich habe gerade seine, äh, Silent AWP. Der hat ne A, weil... Ist das... Trader confirmed. Was seid ihr denn alle? Ich komme auf dieser Scheiß, mir ist einfach nicht klar. Da ist wer... Doch nicht. Was? Wie geht das denn bitte? Warum war der Stein denn nicht echt? Ich wusste nicht, Alter. Ich wusste nicht, Alex. Ich wusste es. Entschuldigung, darf ich das nicht einfach. Aber ich musste meine Eltern. Wie geht das denn? Mann, endlich war ich mal Traitor. Sehr gut. Ich bin auf diese Scheiß-Steine gesprungen, ja? Das ist mir auch schon passiert. Das ist mir auch schon passiert. Wer ist denn durchgefallen? Na ja, du bist so froh, um durchzufallen. Und die Fortschreie lacht dich einen ab, ey. The butthurt is real. Intective. Nein! Ach, verdammt. Ha! Ob da nicht jemand Schaden bekommen? Ach, erzähl. Jemand hat hier einen Schaden? Ja, der Gorondor. Ach, erzähl. Ja, ein ziemlich badly wounded Schaden. Oh, wo bin ich jetzt? Oh, blablablaat. Sorry. Endlich ist es mal nicht meins. Ich bin ein Wibens. So was. Ich runterfalle. Gib mir deine Shortcut bitte. Los weg, ey. Ja, ich bin auch auf Waffensuche. Ich hab ne Schrotze, ich hab ne Schrotze. Dann töt ich dich, dann töt ich dich. Astral sucht auch Waffen. Wenn du nicht schon nahe kommst, wirst du sterben. Gabel, du kommst uns an den Turm rum und gibst mir bitte eine Snipe. Danke. Ansonsten bist du schon am Abschluss. Ja. Wo bist du denn? Am Turm. Astral, tausch. Okay. Oh Gott. Nein. Siehst du mich gerade? Ja, ich geh wieder. Oh, hey, bist du? Wie soll man denn bitte einen Detective trauen, der nicht nach dem Turm kommt von jemandem? Wenn du mich schiebst, Alter. Ich hab nur ein Ding was geguckt. Mach das für den Spaß, Alter. Warte mal, warte mal. Wir waren jetzt auf Toasty. Ob das bei mir gerade wäre gestorben. Der hatte ne Silent AWP. Toasty, komm mal hier hin. Wo bist du denn? Unten. Wo unten? Ja, da, bei dem Schlachtschiff. Du bist auch so ein Schlachtschiff. Volles Schlachtschiff. Das ist ein Luftschiff. Habt ihr gehört? Wo ist denn der Garg? Der ist gestorben gerade. Da kommt Toasty. Der ist auf dem Rückenkreuz. Weißt du was, was ich jetzt mache? Ah ja, hab ihn. Nein, du Hure. Ob, da ist noch wer gestorben. Der war sogar Traitor. Ich hab einen Spartalkick. Ja, okay, drop ihn. Alex, ich weiß. Geht das nicht. Kann man nicht droppen. Wir halten dir. So, safe. Ja, Asrail. Don't mess up with the detective. Och, wie cool. Ich hab ne ordentliche Waffe. Glückwunsch. Danke, Asrail. Irgendwo müsst auch noch ne Hutsch legen, falls der mit keine Waffe hat. Ja, ich hab hier auch eine liegen. Da hat eine. Ihr habt ne Dubstep Gun, ja. Jo, detective. Achso. Achso. Da ist der Tony. Das heißt, zwei Traitor sind Tor. Aua. Aua, mich hat jemanden angeschossen. Ich war's nicht. Ich war's, der Detective. Ich darf das. Ich hab hier einen Torus gefolgt. Ah. Wer ist es? Tony, ich glaub, Tony hat Glückwunsch. Ich sehe den Scheißnamen nicht. Ja, Tony, ist es. Auf dem Schiff, mal. Alex, Alex. Äh, nee, auf der Burg. Auf dem Schiff. Da ist er. Ach, verdammt. Sehr gut. Torsti. Torsti. Ja. Warum seid ihr alle gestorben, Mann? Ich kann nicht mehr schießen. Ach Gott. Du bist der brekkigste Scheiß-Random-Killer aller Zeiten. Ey, du hast den Detective-Befehl nicht verfolgt. Das ist richtig, du hast den Detective-Befehl nicht verfolgt. Ja, und dafür darf man gerandom-killed werden, ja? Ja, die Detective hat das letzte Wort, wenn er sagt, mach das. Du machst das nicht, bis du freust. Ich hab's nicht verlieben. Ich find das trotzdem irgendwie müllig, wenn ich ehrlich bin. Ich find das richtig. Ja, sonst, dann brauchen wir keinen Detective, dann können wir ihn rausschmeißen. Ja, genau, dann können wir gleich rausschmeißen. Doch, ich meine, der wollte, der wollte meine Waffe haben. Ja, und du schmeißt den? Halt, ich steck fest, schubst mich mal. Okay. Äh, geht nicht? Ah, doch, jetzt. Nein, noch nicht ganz. Nee, nur zuzumachen. Ah, Dankeschön. Dann können wir ihn rausschmeißen. Genau. Das seh ich wie Toasty. Das haben wir aber schon immer so gemacht. Also seit ihr seh den Ding dran habt. Der ist auch ganz normal zu, normalerweise. Sonst bringt das dir halt wirklich nichts. Ich seh's halt eher so, ähm, es sollte wirklich eine Ermessensdingens sein, ob man dem Dete vertaut oder nicht. Hi, Gehakt. Ach, verdammt, wir hatten sich meine Schocker geholt. Hi, Gehakt. Und er kennt mich. Astrid kennt mich. War es selber schuld. Nee, so einen will ich nicht kennen. Zu spät. Ich kann jetzt Priant töten. Kann jemand dem Dete eine Waffe leihen. Indem ich einfach runterfühle und ihm im Flug erschrocken. Er hat mich angeschossen. Nein. Detective, wo bist du? Ich hab noch 81 HP. Nein! Astrid ist runtergefallen, was von Temi, der runtergefallen ist. Astrid ist runtergefallen. Tony, wo bist du? Ich geb dir... Voll aufgeschlagen. Am Turm. Wo ist er denn? Turm, ich komm hier nicht. Nein, ich mein Astrid. Am Turm beim Krihan, wo Astrid grad runtergefallen ist. Ah, Alex. Ist er hier wieder zurück? Und der da oben drauf? Ich glaube, ich glaube. Wischschnee. Hier? Sehen aber nicht. Ich meine, wer weitergeflogen kann. Ist er auf dem Baum drauf vielleicht? Äh, Detective auf dem ganz hohen Turm auf... Oder auf dem... Ah, ne, ich seh dich ja. Ja. Komm mal. Hier oben liegt seine Waffe zumindest. Ich seh hier schon wieder keinen. Kommt man eigentlich auch da ganz oben aufs Schiff drauf? Ah, die liegt dort unten auf dem... Krippelruck? Gefunden. Ja, ich mein, außer wenn man einen Traitor oder... Alex hat, glaub ich, grad im Schatten. Nope. Ja. Alex Funktastatur, Batterie 100 erscheint leer. Angeschnipert. Ähm, da ist Azrael. Der lag, äh, Tony. Und Tegel. Äh, ich wäre von Harvey gelagert und... Ah, ich geh wieder weg. Ähm... Detektiv? Jeden wäre auf mich angeschnipert. Ja, hallo, hier unten, dort. Eine Tegel? Ja, gut. Ne, kannst du wiederhaben, ich hab ne Shotgun. Ja, ich auch. Meiner ist größer als deiner. Der, der Turm hat gerade auf mich geschnitert. Irgend, irgendwer ist auf den Turm geschnitert. Wenn jemand auf den Turm geschnitert hat, hat man's gewinert. Ich geh gerade den Turm hoch. Der hat nämlich auf mich geschossen, diese Sacknase da. Ja, und mich hat der auch angeschnitert. Und ich hab immer noch keine Waffe. Ich hab Alex gekillt, der hat auf mich geschossen. Ja, weil... Ich hab nichts gemacht, der ist hier grad runtergegangen. Ja, du hast aber auf mich geschossen, natürlich. Nein, hab ich nicht. Lass mich doch mal runter hier, guck. Oh. Oh. Ich bin wegen ich war's. Naja, wir haben drei Traitor, also du kannst... Ich komm hier nicht runter. Du kannst noch gewesen sein. Ja, natürlich. Ich töte meinen Krillian-Gruppan, wenn ich hier oben feststecke. Nachdem ihr mich töten wollt. Ich komm hier nicht runter. Ich hab Godo. Aber ich denk jetzt, guck da an die Leiche, da liegt gleich noch was drin. Wie? Warte, 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 warte. Ich hab jetzt einen Teleporter und AWP. Godo, ist das der Silent-AvP, was du da in der Hand hast? Ja, das ist vom Traitor. Godo ist es. Oh, ist die schießt. Ja, du bist es ja, du hast... Ah, Silent-AvP. Toasty schießt, vom Turm aus. Komm hier. Oh nein! Hä, vom Turm aus? Vom kleineren. Krieren ist grad verreckt, glaube ich. Nein, ich steh noch hier. Kannst du vielleicht mal eine Healing-Station kaufen, Toni? Hab kein Geld mehr. Wo? Hab das Radar gekauft. Scheiße. Toasty ist es. Nee, Godo ist es. Toasty hat auf jeden Fall von der Windmühle geschossen. Godo ist es, er hat eine Silent-AvP. Gar nicht, wahr? Doch. Nö, wo denn? Ja. Wo denn, ey? Ich hab dich doch gesehen, ey. Ja, Hallos. Ja, das kann auch sein, aber das darf ich mir sicher. Ich laufe mir die ganze Zeit mit so einer beschissenen Huge rum, weil ich nix besseres finde. Nee, 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 das war kein Huge, das war kein Huge. Der Huge sieht anders aus. Aber sowas von. Wollen wir es ausprobieren? Probier's. Wo bist du? Das Toasty, der Detective. Irgendwo, im Nirgendwo. Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Also bist du in der Burg. Ich kenn die scheiß Matt nicht. Also bist du in der Burg. Das soll eine Burg sein? Naja, gut. Das müssen wir außen vor. Oh, ich bin's. Hör mal ruhig, äh. Ja, komm. Soll ich dir was schenken? Soll ich dir was schenken? Was denn? Hier, hab ich vom toten Traitor. Was ist denn denn? Was ist das? Nimm's einfach. Guck doch drauf, das steht doch da, was es ist. Ich hab hier noch ne Huge gefunden, falls die jemand will. War kein Teleporter, ich kann wieder die umgehen. Dann nehm ich den eben. Das ist doch gut. Rechtsklick zum Setzen irgendwo und linksklick zum Aktivieren. Toasty? Toasty, schieß auf mich. Dunkel. Toasty, ist es? Ja, Godo ist das RT-Siles-AIP. Toasty, ist es wirklich? Nee, Godo ist das RT-Siles-AIP gedroppt. Was du gesehen hast, natürlich. Nee, du bist davor als einziger langgelaufen. Du bist es. Wir sind hier zwei Leute entgegengekommen. Ich kann da gar nicht als einziger gewesen sein. Ähm, Alex lebt wieder. Aufpassen, Alex lebt. Wo ist er? Wusste ich's doch. Toasty hat ihn erschossen. Ja, und er war's. Nee, das war Godo. Ich weiß nicht, wo der ist. Das sieht man, wenn man Tab drückt. Ja, Alex lebt wieder, super. Den hab ich davor auch irgendwo laufen sehen. Okay, Torst, hier ist inno. Ja, ist ja klar. So, mehr oder weniger. Komm, diese beschissene Kackleiter. Warum ist verreckt? Oben rechts steht jemand auch vor. Ja, das bin ich. Vom Haus oben. Alex, ja. Vom Haus. Komm hier nicht runter. Ich bin zu blöd dafür. Nur zum Kotzen, ey. Toasty, ach, Toasty. Toasty, wo seid ihr? Ich lebe noch. Toasty dürfte tot sein. Der wurde von Alex Klopp erschossen. Wo bist du? Wo ist Alex? Alex ist tot. Da lebt noch jemand. Hast du ein Ding? Also Pion lebt noch und Marvin lebt noch. Du und ich. Wo ist Pion? Der hat die ganze Zeit nichts gesagt. Nein, nur noch du lebst. Ach, super. Ach, Gott. Ja, es wurde ein Fehler gemacht. Weil Alex sagte, er geht hoch und er schießt mich. Ich stand oben mit der AWP einfach runtergeschossen. Der Schuss hat sich gelöst. Ich sehe, oh, der hat einen roten Namen. Das ist Kacke. Oh, mit dieser Scheiß hier oben einfach nicht klar. Oh, Marvin ist tot übrigens. Ja klar, ich sehe ja auch nur noch einen Punkt auf dem Radar. Ja, dann hat sich das Gleiser gekauft. Nee, nicht das Gleiser. Wie heißt das? Kannst du bitte herkommen? Ich komme hier nicht runter. Das ist so Kacke. Ich bin zu blöd für diese Scheißleiter. Das ist unglaublich. Ah, fick dich Leiter. Hier oben noch ein Ausraster. Kommst du bitte her? Ja, ich erschieße dich schnell. Okay. Ich habe eh nur noch 30 Kaffee. Aber ich komme die Kacke nicht runter. Das ist so nervig. Kommst du wirklich oder lässt du es jetzt ablaufen? Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich würde halt gerne runterkommen. Aber ich kriege das hier nicht hin. Das ist so Kacke. Nein. Du steht dir recht. Du Scheißleitern nicht hin. Das ist so zum Kotzen. Learn to play. Nee, Scheiß-Minecraft-Maps-Leitern. Das ist so Kacke. Ja. Das ist so Scheiße. Backstabbing, Bitch. Ja, was denn? Du sagst, du kommst hoch und erschießen. Ich muss automatisch... Ich habe nicht auf dich geschossen. Das ist der Witz. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte da hoch und habe auf den gewartet, der hinter mir herlief. Du Dösel. Ja, aber ich kann doch nicht einfach warten. Ich sehe dich. Jemand kommt hoch und ich habe nicht die Zeit, den Scheiß-Ding nachzugucken. Du Traitor bist du da nicht. Wenn ich da oben schon mit der ABP im Anschlag stehe und warte nur, dass der Erste kommt, die nicht abknallen will. Das ist Madness, ey. Und danach würde ich mir wunderschön zurecht liegen, dass ich dich getötet habe, weil du auf mich geschossen hast. Dass du hier oben bist warst. Weil meine Leiche liegt so oben auf dem Turm im Eck und dann zaktivieren. Ja, Marvin lebt auch noch und presst seinen Schwengel direkt an meine Wange. Werte Zuschauer, das nennt man Gaming-Leidenschaft hier. Diese Scheiß-Mine. Ich will danach keine Minecraft-Mackspiele spielen. Oh, das ist mein Nesse. Nein, ich will jetzt keine, die Leitern besitzen. Der Alex hat Schaden. Jede Minecraft-Mackspiele. Da ist jemand tot. Links am Schiff oder Burg. Links am Schiff-Mackspiele. Schiff oder Burg ist jemand da. Oh, ich hatte gerade genau das gleiche Problem wie Kryan. Ich möchte nochmal zu Protokoll geben. Ich bin Inno. Warum? Einfach so. Weil mir niemand glaubt. Ich, ich schieße. Ja, okay, du bist Inno. Dir glaubt niemand. Okay, du bist Traitor. Du bist frei zum Abschuss. Erschießt ihn. Alter, diese Treppe ist aber echt scheiße. Ich bin auch gerade zweimal runtergefallen. Warum haben die alle Probleme mit den Treppen? Ja, Alter. Weil die alle arm sind. Ich komme hier nicht runter. Ey, die sind echt kacke. Ich bin kein... Jungen ist tot und war Traitor. Wer? Bion. Hallo, Gauru. Tornstar ist vor mir. Ah, die Brechstange auf dem Bauch. Oder wollt sie woanders einstehen? Loi. Astray wurde gerade von irgendwas Explosiven getroffen. Eich, ich bin von 12 HP. Loi. Wollt ihr vielleicht in der Nähe des Schirfs in der Nähe des Turms? Bei Tornstar lag eben noch was unidentifizierendes. Vom Turm aus. Was? Wer ist da? Tornstar? Tornstar läuft hier? Auf mich zieht übrigens gerade der Garg. Ich darf auf jeden Ziel. Also entweder Random Kill oder ich bin Inner. Hinter mir ist jemand umgefallen. Alex, schießt du mir noch einmal vor die Füße? Er hat sich die Meute auf dich. Wurde weggesniped. Garg bei mir. Silent AWP auf... Was? Gorondor. Alter, die schießen hier voll auf uns. Was ist denn hier los? Ich bin hier weg. Was ist denn mit Pion? Goron hat gemeint, ey, das ist Pion gesehen. Toasty, es hat gerade Alex vor meinen Augen gebrannt. Was? Du weggesniped. Hab dich. Oh nein, der ist runtergefahren. Ich kann nicht identifizieren, tut mir leid. Der hat Alex so ungebracht. Das setzt sich jetzt echt ein bisschen kackt an. Nein, überhaupt nicht. Oder Garg, wie er lebt? Alex, der kann das beweisen. Ich hab leider nur gesehen, wie du jemanden erschossen hast. War das jetzt richtig? War das jetzt oder nicht? Aber ich hab ihn ungebracht, da wäre es 100% Traitor. Garg. Ich bin eben auch schon angeschossen. Darfst du dir vielleicht mal ein Defi kaufen und den Alex wieder benehmen? Weil er weiß ja, ob Toasty wirklich der Traitor war, der ihn erschossen hat. Kann ich nicht. Ich hab kein Geld dafür. Da, komm mal her. Ich zeig dir, wie das war. Also ich hab gesehen, dass der Alex nach hochzieht. Ich hab schon gedacht, ja, ich warte, bis er schießt. Hab ich hier ins Gras gesetzt. So, ich bin hier oben. Sehe ich hier in der Ronner gesprungen. Hallo, Kriali. Bin hochgegangen, hab's gesehen, dass Toasty war, hab ihn erschossen. Jetzt kann ich hier in der Ronner gesprungen. Hier liegt ne Leiche. Wo? Ach, geh zu Pion. Ah, Pion ist aber schon lang als tot. Ja, oh. Pion ist da grad verreinigt. Ja. Beste, glaub ich. Wir hatten hier keine Waffen gedroppt. Ach. Bin so lau. Wie viel siehst du noch auf deinem Radar? Beziehungsweise was hast du an deinen Punkten gekauft? Äh, auf dem Radar sehe ich noch 1, 2, 3. Äh, das ist eigentlich... Gräubpunkt. Also die, die du in die... Ja, also ich bin's nicht. Ja, ich auch nicht. Ich hab nen Traitor gebracht. Death Ringer. Ihr muss Death Ringer, Death Ringer bei mir. Ne, der ist bei mir am Turm. Ihr muss am Turm. Ich hab nur 6 HP. Scheiße. Der grad zu hoher Turm. Der grad, der grad geschossen hier. Hallo, ich lauf hier rum. Ihr könnt mich töten. Toni kann ich dich töten, ja. Ah, da hinten ist er. Keine Waffe, da hinten. Ich bin low health. Ich finde die... Was machst du denn? Du händest dich auf mich. Sie hat doch erst gesagt, du bist es. Ich bin's. Ich hab 6 HP, Mann. Ich werd ihr die ganze Zeit jebige... ...beitreden. Gute Frage. Also, äh, Toni, ihr könnt euch eigentlich bettet, weil wir sind's sicher nicht. Er ist Detective. Ich hab einen Traitor gebracht. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Mit der Crowbar. So geht's auch. Ah, ja. Sauber. Das könnte die letzte Runde werden, je nachdem wie lang sie dauert. Muss das sein, weil es wurden nur 4 Namen angekündigt. Sollte ernsthaft mit den Experimenten aufhören. Da geht man zu schnell dran drauf. Oh, Waffe. Waffe. ja in der Woche in Oro in Oro er zuerst überwacht ist der Traitor okay ja wo gut gut ist Traitor dann immer her damit über Astral der Kian macht ihr wieder irgendwelche perversen Experimente mit der Tür auch diese Map ist so kacke teilweise kann mir kurz helfen ich stecke fest an einer Tür ach fick dich doch äh da ist Toni komm mal bitte äh ja ok wo willst du denn Kian? eher an die Tür machen immer noch da wo ich noch ihm will bitteschön du bist bei mir grün grün und hast ne Waffe in der Bauchstelle bei mir auch ich stell mich jetzt ins Schiff und warte bis die Runde rum ist ja jetzt bist du aber weg mann achja soll das Kanon sein die haben sie die ja am Block hier? könnte sein ja ja kacke oh die Shotgun hat sich noch keiner genommen ich hab ne Sniper falls jemand inne will ja ich hol mir die ich hätte gerne Shotgun du musst wahrscheinlich aus den toten Händen entreißen müssen ne ne ich hab ich hab die Shotgun hab ich selber du kannst gerne die Sniper haben wo bist du denn? ja Pion muss detectives sein das Crap lässt jemand rum er fällt aber sowieso damit äh ja und? ich hätte hier höchstens noch ne Glock du nimmst mir Arbeit ab hier sind echt zu wenig Waffen auf der Map um mit unseren Spielern zu spielen oh Gott oder wahrscheinlich sind die einfach nur so versteckt was wir gar nicht finden das ist das ein Akkriere Akkriere, 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 Akkriere da runter jetzt viel zu viel oh Gott Astral Glocking hier weiß am großen Turm Glocking hier weiß am großen Turm da wurde auch geschossen wird noch jemand am Leben? bin ich allein gegen alle? ne ich bin noch da ich leb auch noch irgendeiner hat sein Handy wieder zu nahmen ich bin schlecht Entschuldigung aber machen wir Null oah wird geschossen cool ich hab sehr lange Scanner ja Garko wüsste ich glaube da wüsste ich eh noch ich bin auf dem Leiter ich glaube alle anderen sind Traitor gerade ach da ist er ok gewonnen hi ah die Möcke ist echt nicht schön lass mich ach Goro du kannst mich machen Goro das stimmt ja gar nicht wenn du Traitor bist sterb ich grundsätzlich als erstes ich bin einfach oben vom Turm im Schach mit der Leiter runtergefallen noch eine Runde noch eine Runde ne nachdem Inno ach manch Kundo ach ja wir haben ja gelernt wer zuerst Inno sagt es Traitor ähm Traitor 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 ok Alex hat Goro hat gerade gesagt er ist Traitor wir können ihn umbringen ja ich sag einfach gar nicht wenn ich Inno noch sagen gilt das auch equivalent für Traitor? keine Ahnung what the lol ich glaube hier ist gerade jemand gestorben ich weiß nicht Feuer das ist der Asriel Infinity 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 hier nimm die Waffe lass mich hier drüber ok ok ah äh Asriel jop lol oh tschüss er fliegt einfach tschüss bei mir ist Toasty Asriel 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 also es ist jetzt Asriel Weiß ich mal einiges oder? Schüsse wie soll das denn? dort unten sind zwei im Turm wir lagern mich Jop Asriel gestorben dann wurde jemand erschossen weiß nicht ich konnte den Namen nie sehen steht unten im Turm jeder in der Waffe es ist Pion 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 was geht denn bei euch? äh unten im Turm liegt ne Slam nicht in den Turm rein GAK 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 er ist irgendwo am Turm weg Toasty Gorondor liegt dort unten auf jeden Fall mehr seh ich nicht pfff super jetzt hat es mich eingesperrt der ist immer noch unten im Turm hallo lebt noch jemand Asriel Danke Asriel ich hab grad die Slam weggemacht lol ne ne der hat der lebt garantiert der müsste dort unten gewesen sein pfff du Genie ey tschau tschau Los tschööööööööš viel spaß noch tschööööööööööö ö ö ö ö ö ö ö ö j Vielen Dank.